Wundervoll, ja, ja, das ist ein Song, an dem wir dachten, dass die Intimität auch wundervoll dazu passt, so wie wir ihn durch unseren Filter gehen haben lassen. Deswegen ist der Beginn Eva und Matthias. Sie können sich heute an diesem Abend tatsächlich jedes Mal in die Lieder hineinfallen lassen, so wie wir es getan haben, um die zu verstehen, zu fühlen und dann wieder rauszubringen. Hören Sie zu, wenn Sie fühlen, dass Sie sich bewegen wollen, bewegen Sie sich, wenn Sie noch mehr zuhören wollen. Hören Sie noch mehr zu, kann man noch mehr zuhören? Geben Sie Ihr Bestes. St. Louis Blues. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020